Leute, richtig fette Nachrichten für alle, die gerne in X-Defined richtig fett grinden. Es geht um das Prestige-System und das Prestige-System, was in X-Defined kommen wird, wird geil. Ich kann zwar aktuell noch nicht ganz sagen, was für Vor- oder Nachteile es hat, das Prestige zu aktivieren. Ob man es überaktivieren muss, ob man es überhaupt aktivieren muss oder ob man diesen Prestige-Fortschritt automatisch freischaltet, ohne etwas dagegen zu tun. Kann ich nicht sagen, aber für alle, die gerne lange Hardcore-Grinden und keinen Bock haben, erstmal auf die nächste Season warten zu müssen, bis wieder irgendwas freigeschaltet wird und wir wieder grinden können. Weil es gibt immer mal hier und da ein paar Suchtis, die innerhalb von Tagen das erste Prestige erreichen und denken, jetzt muss ich erstmal bis zur nächsten Season warten. Leute, das fällt in X-Defined komplett weg in den letzten CODs. Ich kann es zwar nicht zu 100% auf die letzten 4, 5 CODs beurteilen, aber in einem der letzten, wo ich es ein bisschen ausgiebiger getestet habe, war es einfach so. Du hast bis Level 55, war es glaube ich, gezockt und dann konntest du das Prestige noch nicht aktivieren, weil die erste Season noch nicht da war. Dann war die erste Season da, das Prestige 1 war da, ruckzuck gegrindet bis Level 55 oder dann eben 110 wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau, ist zu lange schon wieder her und du musstest wieder eine Season lang warten. Das ist doch mega, mega nervig. Ich möchte euch jetzt gleich die Prestige-Badges zeigen, wie viele Prestige-Level wir haben können. Aber ich möchte noch einmal ein Gewinnspiel für euch anteasern. Da war schon das falsche Bild. Leute, das nächste große Fußball-Event steht in den Startlöchern und es gibt ein fettes Fresspaket mit 10 internationalen Knabbereien zu gewinnen. Wer Bock hat, da zu gewinnen, schreibt einfach auf YouTube, ganz wichtig für alle, die dieses Video auf TikTok sehen. Geht mal in die Bio oben, da ist der Link zu meinem YouTube-Kanal. Dann guckt ihr nach diesem oder einem der letzten Videos, da ist dieses Gewinnspiel auch aktiv. Schreibt einfach das Codewort Gewinn rein und ihr könnt dieses Fresspaket gewinnen. Was ihr noch tun müsst, natürlich mir und Veritaste hier auf Instagram folgen. Mir auf jeden Fall auf Instagram, damit wir auch miteinander kommunizieren können, damit du auch weißt, dass du gewonnen hast und dass ich verifizieren kann, dass du der Allerechte bist. Und ansonsten noch irgendwas? Ja, kommentieren ist auf jeden Fall ganz wichtig, folgen und so weiter und so fort. Und natürlich meinem YouTube-Kanal. Aber ich denke, das sollte selbstverständlich sein. Leute, hier ist das Prestige-System bzw. die Badges. Und es gibt, also ich wollte eigentlich erst sagen 15 Prestiges, aber es gibt noch ein finales Grandmaster Prestige. Alle anderen heißen Master Prestige 1 bis Level 15. Und dann gibt es eine finale Grandmaster Prestige-Plakette. Ob wir da irgendwann drüber hinaus kommen? Ich vermute, ja. Es ist ein Free-to-Play und Ubisoft verspricht, dass das lange, lange geupdatet wird. Wenn das natürlich irgendwann hinten runterfällt, so wie alle anderen Spiele, die vor kurzem vielleicht Free-to-Play rauskamen und einfach den Hype komplett verloren haben, wie ich glaube zumindest The Finals und noch einige andere Spiele, die dann einfach dem Hype nicht mehr gerecht wurden und einfach kaum noch gezockt wurden. Ob das dann soweit trotzdem kommt? Warten, es ist alleine in der Hand von Ubisoft, dass das Spiel geil ist, geil bleibt. Das Spiel bockt richtig. Aber es ist schon mal völlig korrekt, eben nicht zu sagen Season 1, Prestige 1, Season 2, Prestige 2 und so weiter und so fort. In dem letzten COD, was ich ausgiebig gezockt habe, war das tatsächlich so und das ist ultra nervig. Und wer hat denn Bock, sich von dem Spiel sagen zu lassen, dass der Grind jetzt vorbei ist, weil du das erste Prestige erreicht hast. Es gibt nun mal Suchtis unter uns, die hier haben kein anderes Leben außer zocken. Herzlichen Glückwunsch, ich würde gerne mit euch tauschen. Ich habe leider zu wenig Zeit dafür, hätte sie gerne, aber das ist ein anderes Thema. Ich weiß aktuell nicht, was das höchste Level in X-Defined ist, bevor dann das Prestige final aktiviert werden kann. Müssen wir es überhaupt aktivieren, wie das damals bei COD zum Beispiel der Fall war? Weiß ich nicht. Das steht noch in den Sternen, müssen wir mal abwarten. Ihr erfahrt das auf jeden Fall auf meinem Kanal. Also bleibt auf jeden Fall am Start, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Ob es wie in alten COD-Teilen, wie die guten MB3-Teile von, Teile, Mehrzahl, das alte MB3 von, keine Ahnung, 2000, hast du nicht gesehen. Nicht das Remastered oder das komplett Neue. Ihr wisst, was ich meine, ich verhaspel mich hier gerade. Da konntest du Prestige 1 bis 10 und dann gab es nochmal bis 20. Das war sehr geil. Ich war, glaube ich, irgendwas mit Prestige 13. Da hat sich aber nachher die Plakette leider nicht mehr geändert, aber die sah schon sehr, sehr geil aus. Da war der Nachteil, hast du das Prestige aktiviert, musstest du natürlich quasi theoretisch von 0 bis Level 55 oder 70, was es war, wieder hochgrinden. Musstest natürlich die Waffen wieder freischalten. Hattest aber, glaube ich, spezielle Tarnungen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie es war. Es ist einfach zu lange her. Aber das ist ein Grind, der Bock macht. Und du weißt, du wirst irgendwie, auch wenn es nur optisch mit einer Batch eventuell ist, wirst du einfach damit belohnt. Das ist nicht viel, aber irgendwie hat es trotzdem was, dass du der Welt zeigen kannst, wie wenig Freunde du hast. Ja. Gut oder schlecht ist das mir scheißegal, aber ich finde es total genial. Ich mag es auf jeden Fall frei in der Entscheidung zu sein, wie lange ich grinde und dass ich dafür eben belohnt werde. Und ein Grandmaster Prestige Level. Mal gucken, wenn er in Season 1 startet, wer das als erstes erreicht. Ich denke, wir werden auf sämtlichen sozialen Kanälen darüber informiert werden. Der erste Grandmaster Prestige. Olaf ist am Start und lasst uns alle feiern, dass er keine Freizeit hat, außer zocken. Ist richtig geil. Leute, was sagt ihr? Ihr erfahrt von mir mehr, wenn endlich raus ist. Kurz vor Season 1 wahrscheinlich, was das Prestigesystem noch mit sich bringt. Beim Aktivieren irgendwelches speziellen Skins für deine Fraktionen, für deine Waffen. Ob es Nachteile gibt, ich glaube kaum, dass du wieder neu grinden musst, deine ganzen Waffen. Aber das macht den Grind. Bei COD fand ich das interessant. Du musst den Grind wieder von vorne starten. Das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das wird aber nicht jeder feiern, kann ich auch verstehen. So, jetzt bin ich aber raus für heute. Denkt an das Gewinnspiel. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.